Hallo liebe Leute, ich bin Charlie von Yusha und wir waren in der Lungenstadt City oder so, wie auch immer das Ding hier ist, ist jetzt auch nicht mehr ganz so wichtig, muss ich gestehen. Und wurden angegriffen von der Marine. Natürlich nur als Probe, wir würden ja nichts böses tun. Multi. Ja gut, denn halt so, ähm, hier ist dieses Mistviech und ich hab mich schon gefragt, wo das eben herkam. Alter, könnt ihr mich mal ganz kurz in Ruhe lassen? Ich bin da für mich schön, Alter. Ach, Wasser. Ah, achso, ja gut, durch das Wasser darf ich denn nicht mehr. Ist in Ordnung. Ich erinnere mich noch genau dran, dass ich überall durchgerannt bin. Habe ich gesehen? Ne? Also, äh, jetzt... Alter, wieso treffe ich das hier vorne nicht? Wollen die mich nicht witz haben? Alle mal verarschen. Da. Ein bisschen Leben für mich. Dann nähern wir uns diesem verdammten Viech von hinten. Hinten. Mhm. Ja, das war ein wunderschönes Sprung ins... Tiefe. Gut. Haben wir hier dich und ich glaube, das Ding... Hatten wir das schon gesehen? Nö. Diese ätzenden Leute hier, Mann. Immer auch das arme, kleine, große, süße Monster. Ist doch immer so. Egal, wo man... Immer ist man schuld. Ich wollte nicht so sein. Warum? Okay, ähm... Druckbild, Druckbild... Ich bin Druckbilder-geil. Ich weiß. Da oben. Guck mal, ganz unauffällig, dieser Fernsehturm, der da so... Diese wunderschönen Nachrichten ausstrahlt, die so hundertprozentig stimmen und... Naja, so ist es halt mit den Medien. Sie lügen halt nie. Sowas machen die nicht. Das dürfen die gar nicht. Wenn wir den Medien nicht vertrauen können... Wen denn? Ja, ja, ich finde das cool, dass sie das auch so mit reingenommen haben. So, ja, äh... Erzählmüll. Alle glauben ihnen. Zwar ist das hier so minimal Gehirnwasche... Gehirnwasche, ne? Gehirnwäschemäßig, aber... Kommt ja auch so zäger hin... Mit dem, wie es heutzutage ist. Ja, ja. So ist das. Nein, jetzt muss ich hochklettern. Ich finde das schön, dass hier gerade nichts gekommen ist. Also so in den letzten paar Minuten. Wahrscheinlich ist das so, wie der Uhr vorm Sturm. Das lage ich ja. Wo kommt das denn her? Ich hab's nicht mal gesehen. Da drinnen. Ist... Ist okay. Ist... Selbstverständlich, dass man das da reinstopft, wo man so überhaupt nicht hinkommt. Mit meinem kleinen, dezenten Körper. Meist an sich gar nicht dumm, aber... Ich bin auf der falschen Seite, um das toll zu finden. Ich hab dich gesehen. Und ich hab dich gehört. Noch einmal. Einmal noch. Verdammt. Gut. So. Du, 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 du. Ups. So. Verdammt. Da kommt dann auch noch dahinter ein. Meine Stimme geht auch weg. Das ist auch schön. Ich brauch auch nicht reden. Reden wird in Let's Plays überbewertet. Habe ich noch nie so gesehen. So. Ähm. Dann hoch da. Dann dahinter. War da nix? War da meinung, da war voll das Druckbild. Ja. Bin ich immer noch der Meinung. Lass mich darüber. Ja. Ich springe über Dächer. Ganz dezent. Ups. Ich dachte, das hält mich. Ich habe fast dran geglaubt. So. Dann muss ich gleich nochmal rechts von mir lang. Weil da sind dann auch nochmal welche. Und dann war da hinten ein Schiff, was auf einmal verschwunden ist. Zwei Schiffe, die sind auf einmal verschwunden. Und da sind sie wieder. Magie. Da sind die da. Weg. Da weg. Da weg. Da weg. Okay. Ähm. Dann. Wo soll ich lang? Ach hier. Ah ja. Okay. Ist in Ordnung. Zielkraft Upgrade erhalten. Kettenschlag. Dein Zielschlag springt von einem Gegner auf den nächsten Gegner. Das finde ich cool. Über. Er kann bis zu drei Gegner beschädigen, wenn sie nahe genug beieinander stehen. Das finde ich gut. Ach so. Jetzt werden die alle noch geupgradet. Das heißt, ich kriege von ihm keine neuen Dinger mehr. Ich habe einen Kofferanhänger. Nachrichten. Wir begrüßen heute den Star der beliebten Serie Pumpen voller Schuppen, Buddy Finn. Buddy, wie siehst du die Brilogor-Situation? Wird er nur missverstanden? Keinesfalls. Ich hasse Brilogor. Meine Fans schließen sich diese Monster nicht an. Er hasst alles, was Lungenfischen heilig ist. Luft, Wasser, Familie. Wir werden es schaffen. Buddy, dann freust du dich bestimmt, dass die Marine nun auf das zurückgreift, wofür sie berühmt ist. Flugzeuge, wir freuen uns also auf den Relevors bevorstehenden Punkt. Und natürlich auf ein Wiedersehen mit Buddy. Heden Donnerstagabend um 8 Uhr hier auf LBC. Danke. Lassen Sie mich noch eins hinzufügen. Wer ein Menschenkind stiehlt, sollte es sofort in die verlassene Irrenanstalt unterhalb des Sees bringen. Relevor, komm rein. Wir haben diese Schiffe in deinem Namen einqueredet. Wir bringen sie in Position, damit du den Kotsamara-Kanal überqueren kannst, um auf Kotsamaras Insel den Kotsamara-Turm zu zerstören. Die Sache ist die, äh, natürlich haben wir das größte Vertrauen, dass du die Sache bald im Griff hast, Brilogor. Aber wir, äh, also wir halten es, äh, doch für das Beste, ähm, wir haben uns entschlossen, hier auf unserem Posten zu bleiben. Spitzwürdigkeit von allen Feinden gesäubert hast. Ja, ist ja. Aus Versicherungstechniken Gründen. Für die Freiheit ist okay, ähm, ich sehe das ähnlich, also, ich hasse euch auch. So, wie kann ich die jetzt mal endlich anvisieren hier von unten? Gar nicht. Alter. Ein großes Etwas, was ein Torm hinaufklettert und die Flugzeuge kämpfen muss. Habe ich ja noch nie gesehen. Das ist natürlich sehr spektakulär. Kommt mir auch überhaupt nicht bekannt vor. Etwas ganz, ganz Neues. So, und zwar habe ich erst mal Folgendes gesehen. Ich hasse euch. Mhm. Aber ich habe jetzt wieder drei Leben. Das war es fast wert. Also, das heißt, sobald ich ganz oben bin, werde ich umgebracht und von unten kann ich sie nicht ganz so toll angreifen, wie ich es gerne hätte. Also, was tue ich? Oh, ich hatte gerade irgendwie... Es springt auf anderen Gegnern. Oh, wie hübsch. Da ist er. Ich bleibe jetzt genau hier. Das ist mal jetzt so lange, bis alle weg sind. Ich fühle mich relativ sicher, muss ich gestehen. Oh, ja. Da sind die. Ich habe die doch gesehen. Das dauert hier Jahre, wenn ich das so mache. Okay, dann klettern wir ein höher. Ich meine, ein paar sind ja schon weg. Wenige. Oh. Was, was war das? Eben, Selbstmordattentat? Der ist direkt auf mich zugeflogen. Ja, Tasche, ich höre dich. Komm gleich. Mein kleines Zentenkörfer immer noch. Hey. Ähm, wie viele... Wer fehlt mir denn jetzt noch? Der Koffer. Ich habe auch schon das Ding, aber irgendwie habe ich nicht in Erinnerung, ihn jemals gesehen zu haben. Will ich ihn heulen? Will ich mir sein? Will ich mir ein, aber ich will den Koffer haben. So, jetzt heißt das erstmal wieder überall hochklettern, um die ganzen Druckbilder hochzuholen. Oh. Ein asiatisches Zeichen. Ich weiß jetzt nicht gerade, welches das von denen ist. Also ob Japan oder China, weil... Alles gleich. Also von den Zeichen über den Zeichen. Na egal. Mhm. Und weil das so schön gemalt war, konnte man das so wunderbar erkennen. So, dann nochmal da. Dann drehen wir uns hier nochmal um. Gucken nach oben. Gucken nach unten. Links. Und rechts. Nein. Damn. Oben auf den Turm angekommen. Da ist eins. Da ist eins. Da sind welche... Da hinten war ich noch nicht lang. Da muss ich gleich hin. Gut, dann gehen wir erstmal hier runter. Und zwar da wollte ich hin. Genau, da ist er. Und ich nehme mich mit heute. Nein. Wieso komme ich hier nicht... Nochmal runter. So. Und zwar... Lass mich runter. Lass mich runter. Gut. Hatte ich nämlich folgendes gesehen. Auf der Seite war das, glaube ich, da. Und dann denke ich, dann haben wir soweit alle. Und wenn nicht, enger müssen wir hier eh rein, um die geistigen Spinnnetze... Spinnnetz... Dinger nochmal einzusaugen und irgendwas damit zu machen. Ja, gut. Das war's nicht. Ich hab grad irgendwas gesehen. Egal, wir gehen jetzt weiter. Lass mich hier runter, verdammte... Alter. Ist das langsam? Ich weiß nicht, es hält mich aus. Aber ein Schiff. So, kaputt machen. Eine neue Geschichte. Lungenfisch und Loboto. So. Ah. Ein kleiner, als ich sei Lungenfisch, der Fernsehen geguckt hat. Und gefangen wurde. Und dann als Experi... Äh, als Versuchobjekt benutzt worden ist. Dün, 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 dün. Er wurde groß, kriegte so eine komische Beule auf den Kopf und wurde zum Monster. Ach, wurde dann von dem bösen... Zahnarzt wieder ins Wasser geschickt. Eine süße kleine Geschichte. Da ist er. Ah, da. Ich hab's. So. Ach, da ist er. Also, ich hab schon gesagt, irgendwie... ...wahr ich der Meinung. Ich hab das Heulen gehört. Allergeistige Müll, so tja... Okay, dann gucken wir uns mal den geistigen Müll an. Engel, glaub ich, hab ich's nicht geschafft. Ja. Wo ist das? Bei Müller zum Beispiel hab ich's nicht geschafft. Urtümliche Erinnerungen. Ah, Lilly, ähm... Klein und... Klein. Das kleine, süße Fischding. Ah, da hat er einen Fernseher drin. Den Fernseher. Hm. Ich habe so keine Ahnung. Ach, ist das doch was unter Wasser? Ja. Hm. Hm, hm. Das ist süß. Ganz in verschiedenen Dinger mit den Helmen. Guck hier im Pass, so. Sehen alle gleich aus. Lungenfisch-Pulis. Ah, hier, der Böse. Etwas. Der alle. Versklavt. Egal. Uh. Ups. Äh, was? Wieso hat es mich denn gegessen? Das war erst das... ...zweite Mal. Oh, nö. Euer fucking ernst? Ich muss hier wieder ganz durchlaufen. Nur weil mich das Wasser gegessen hat. Nö. Nö. War ich immer so derbekein, das so? Ja, dann. Nö. Seid ihr scheiße. Hm. Dann gehen wir jetzt mal schnell wieder zurück. Nein. Nein. Lass mich hier runter. Nein. Yay. Ich hab mich reingebackt. Ein Huch auf mich. Wenn es einen Fehler gibt, ich finde ihn. Und nun? Ich mach das nicht alles nochmal. Hallo. Wieso? Das ist doch scheiße. Wenn ich jetzt runtergehe, muss ich wieder alle nochmal besiegen und alles nochmal finden. Yeah. Uh. Das seh ich jetzt aber nicht so. Was hat denn der nette Herr Typ zu sagen? Wie komm ich hier raus? Ich hätte gern besser ein... Ich muss mich mal... Ich brauche eine Feindzielanalyse. Ich brauche eine Feind... Welches? Uh. Flugzeuge können... Benutzt einen Schild, bis ich eine Chance auftuch. Ah. Dann holst du sie mit einem C-Schlag. Ah. Was ist mit den großen Geschützen, deren Schüssen man nicht ausweichen kann? Schild. Wenn der Feind geschossen... Klar, ich hab ja noch das Schild. Sobald der nächste Schuss kommt, aktivierst du wieder den Schild. Und sobald du nah... Alter, wie ich das Schild auch kompiert... Ja, lauf weg. Schalte sich von Weite mit einem C-Schlag. Okay. In Lungenfisch-City bin ich ja echt groß. Du warst jedes von sich über... Im Schlamm. Sie waren sehr hilf. Viel Glück. Aber ich wollte hier jetzt raus. Das heißt, du warst nicht so die Hilfe, die ich gern gehabt hätte. Ich will da jetzt nicht auch irgendwie was... Speichern und laden, weil dann muss ich das alles nochmal machen und... Ich will nicht gegen alle nochmal kämpfen. Ach, ich hasse diese Welt für sowas, ey. Na ja, gut. Auf ein neues... Ähm... Das war das, ne? Sieht richtig aus. Nein, eigentlich nicht. Aber ihr habt mich da ja reingebackt. Oh. Voll keine Probleme. Na ja, fast keine Probleme. Leben. Ich brauche wieder Leben. Ähm. Na, wir gehen wieder den Weg. Ich will mich da nicht wieder reinwacken. Oh ja, kann ich ignorieren. Da kommt der ja gar nicht raus. Oh, den hätte ich nicht ignorieren sollen. Kaputt gemacht. Alter, ihr kleinen Mistviecher. Oh. So. Da war noch einer. Ja. Du wirst ihn niemals bekommen. Niemals. Da ist auch noch so ein kleines Mistviech. Ist egal. Kann mich alle machen. Ich geh weg. Wie, die ganzen Flugzeuge sind wieder da. Dann bin ich pissig. Flugzeuge habe ich so derbe keine Lust. Weißt du, so ein Riesenmonster. Und diese kleinen, dezenten Dinger machen mir voll auch. Da. Das wollte ich. Und komm her. Das reicht jetzt auch erstmal. Das war knapp. So. Eins. Zwei. Wie weit ich auch springen kann mit ihm. Das ist so. Genial. Fernsehturm zerstören. Leider müssen wir ihnen mitteilen, dass die elende, inkompetente Lungenfischmarine nahezu versenkt wurde. Toll gemacht, ihr Versager. Also muss jetzt Kutschamara selbst den ganzen Weg hier runterkommen, um unsere wertlose Haut zu retten. Die Behörden rufen zu einer großen Parade zu Kutschamaras Ehrenhaufen, wenn er den lästigen Riesen Brinogon erledigt hat. Ist diese Parade groß genug, wird Kutschamara die Stadt nicht zerstören. Putzt euch häufiger die Zähne und sabbert nicht so viel. Und sabbert nicht viel. So, dann zerstören wir mal diesen ganz schönen dezenten, nachdem wir gespeichert haben, Fernsehturm und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tüdelü.